Ich bin im Dezember 1978 in der schönen Pfalz geboren und habe dort auch die Jugendjahre verbracht, bis ich natürlich dann einen Beruf erlernen wollte und dann hat es mich tatsächlich nach Jena gezogen, wo ich BWL studiert habe. Das ging total in die Hose, war total falsch und habe dann zufällig im Internet Theaterstücke entdeckt. Bekommen die zu lesen und beim Nebenjob, den ich da hatte, bin dadurch für Theater begeistert worden. Und habe dann beschlossen, okay, ich werde nach Berlin gehen, Literatur studieren und trotzdem versuchen, Schauspieler zu werden. Und jetzt bin ich hier und so schnell gehe ich auch nicht mehr weg. Wenn ich nicht gerade im Theater bin, um zu proben, zu arbeiten, zu spielen, dann spiele ich Fußball. Ich bin darüber hinaus leidenschaftlicher Fußballfan und mein Herz gehört dem 1. FC Kaiserslautern. Wenn die jetzt gerade nicht spielen und ich nicht spiele, dann bin ich zu Hause und höre Hörbücher. Und da reicht mein Spektrum von den Klassikern bis hin zu Perry Rowan. Es gibt Leute, die denken Fußball, da geht es um Leben oder Tod. Du siehst es, ey, es geht um Biel. Fußball ist Kampf, Leidenschaft und alles. Es ist halt nicht so ein bisschen quatschen und nicht drum machen. Und dann, das ist hier, Kampf. Entweder gewinnst du oder verlierst du. Dann ist es scheißegal. Oder du hast Fritz Walter. Dann spielst du wie ein Ritter. Ich will Geschichten erzählen. Deswegen mache ich den Beruf. Deswegen habe ich diesen Beruf ergreifen wollen. Und ich merke bei der Arbeit, dass an jedem Stück, hinter jedem Stück, hinter jedem Drehbuch, da stecken Schicksale von Menschen. Und das ist das, was mich daran interessiert. Und bei dieser Arbeit merke ich immer, egal wo ich hingehe oder wo ich bin, es zieht mich immer dort zurück, wo ich herkomme, an dieses Dorf. Weil ich dort so viele Schicksale miterlebe, deren Geschichten müssen erzählt werden. Und jede Arbeit gibt mir die Chance, so eine Geschichte zu erzählen. Weil, was ist ein interessanter, trauriger, lustiger, heiterer, spannender als das Leben von Menschen. Oder was denen passiert, in ihrem Alltag. Und aus diesem Grund will ich nicht viele Geschichten erzählen. Ich bin ein komisch. Ich bin ein komisch. Ich bin ein aktor. Ich bin ein komisch. Ich bin ein komisch. Das war Spanisch. Wir können nicht aufhören. Denn. 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 Ich liebe sie. Dich. Sie. Guten Tag. Ich melde mich dann. Ja. Der muss dringend ruhig gekehrt werden. Dafür müssten die Sachen weg. Ob sie wohl so nett wären? Ich kann gerade schlecht. Toni. Seit wann sitzt du im Rollstuhl? Im Rollstuhl? Ich wusste nicht, dass... Ich muss weiterarbeiten. Du wohnst unter einem der schönsten Dächer. Amoksi. Stadt der Hafen. Das liegt dir eigentlich zu Füßen. Du musst nur raus aus diesem Keller. Nein, Philipp. Philipp. Der Schervene nimmt lieber die Weite der Wind. Du weißt gar nicht, was dir entgeht. Und außer den Wannen und Schaumsteinfingern an deiner Seite kann dir nichts. Und die Schwimmhalle. Ich bin jeden Abend da. Nicht immer noch. Was ist aus deinem Olympia-Traum geworden? Aber ich bin nur sagegern. Lass uns mal wieder zusammen hingehen. Okay. Oh, baby, I love you way. I wanna be with you night and day. Warst du die ganze Nacht wach? Ich empfange ein paar ganz merkwürdige Signale. Vibrationen. Ich fürchte, sie sind von der Toll, dass ich mit ihm gefügelt habe, Sorte. Hat er dich mit seinem umfassenden Wissen über Mineralwasser betört? Oder war es eine allumfassende Analyse über Marquis Marc, die dich überzeugt hat? Ich wäre zu gern dabei gewesen. Nur um zu sehen, wie du es mit deinem Gewissen ausmachst. Gleich bei der ersten Verabredung mit einem Juppie scheiße zu schlafen. Er ist kein Juppie. Typen wie den hat man Terminkalender gefunden. Klar. Das ist blass im Vergleich zu deinen komischen Tanten, auf die du so wahnsinnig abfährst. Schon gut. Ist auch egal. Ist es dir wirklich egal? Oder warum benimmst du dich auf einmal wie mein eifersüchtiger Freund? Ich weiß nicht, was du meinst. Ehrlich nicht. Ich wollte eigentlich nur lesen. Gott, wenn es irgendetwas stört, solltest du wenigstens auch den Mut dazu haben, mit mir darüber zu reden. Also? Na schön. Gut. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Was? Das, was du hören wolltest? Ja? Na dann, vergiss es ganz schnell wieder. Ich lasse. Bis zum nächsten Mal. Na dann, vergiss es ganz schnell wieder. Undと. Ja. Ja? Ja? Untertitelung des ZDF, 2020